Das macht er sehr gut und macht er ihn! Den hält er super! Zur Ecke abgewehrt. Neymar geht er rein! Latte, aber der Ball ist noch heiß! Lass uns nochmal auf die Szene von gerade eben schauen. Aufbereitet mit Torlinientechnik. Alle Zweifel damit beseitigt und der Beweis dafür, wie wichtig es war, diese Technik endlich einzuführen. Norddeutscher Rundfunk 2021 Da zieht er ab! Und da haben wir es! Das Tor! Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht knapp unter die Latte. Da kannst du im Grunde nicht rankommen. Ein super Tor! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Die Flagge kommt gut rein. Griezmann! Pfosten, aber es geht weiter! Dimitri Payet! Brillant gemacht! Ist es das schon gewesen? Auf jeden Fall setzen sie hier noch eins drauf. Und das Tor! Dimitri Payet! Dimitri Payet! Giroud jetzt! Guter Pass! Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden! Der Ball geht an den Pfosten! War relativ eng eben, aber jetzt sehen wir es noch einmal im Bild. Buschi! Und damit ist dann auch klar, dass es richtig war, hier weiterspielen zu lassen. Kein Treffer! MAC Technik chains